Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich? Oui. Pensez a lui toujours? Comment pourrais-je oublier? Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weg gehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Vous veniez souvent ici? C'est ici que Franz m'a demandé, Mama. Vous avez beaucoup souffert. La seule blessure, c'est Franz. Schöne Anna, es muss ich Ihnen sagen. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz, noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzosen? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. make center bus escribiute.